So, das müssen wir auch noch machen, das ist ja ganz wichtig, Conor hätte ich fast vergessen. Und zwar möchten wir ein Erinnerungsfoto machen, damit wir wissen, wer heute alles da war. Also bitte setzt jetzt mal bitte euer persönlichstes Gesicht auf. Das machen wir gleich so, Conor, brauchen wir nicht extra, oder? Das kriegen wir so hin, in Leipzig kriegen wir so hin, oder? Ein großes Guckenfoto. Hast du die große Linse mit? Jetzt hast du die große Linse, natürlich hat er die große Linse mit, da hat sie mit. Hat sie, bitte? Du willst auch mit aufs Bild, das geht nicht, du bist der Fotograf. So, aber die anderen, die sollen alle mit aufs Bild, wenn das richtig cool aussieht. Einmal die Hände nach Ruben, gib Taschen ihm eine Chance, jawoll. Genau, einmal winken, alle schön winken, 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 winken. So, wir haben uns extra flach, dass ihr alle draufpasst. Und jetzt einmal hoch. Das war's schon. Ein paar Applaus für ihn hier, das ist das Schnellste von der Bar der Welt. Das ist der Einzige, der ein Leopard in zwei Wildbahnen während des Laufs und auch wieder ohne Begleitfahrzeug. Das ist wirklich das Schnellste. So, Freunde, jetzt geht's aber los. Jetzt wollen wir mit euch singen, und zwar einen schönen Song, den ihr alle kennt. Euer Text ist auch sehr einfach. Wir brauchen von euch ein Jalalalalalalala. Das wäre schon alles. Wenn das dann nicht schief geht, bitte einmal trocken ohne uns, bitte einmal der Text und... Also, das machen nicht alle mit. Wir machen es euch ein paar Mal vor, aber dann Leipzig, dann müsst ihr uns ja wegreißen. Also, davon gehen wir aus. Die Kühlkarts, schibung, schibung, normal.